Herzlich willkommen bei Schultes. In dieser Folge möchte ich Ihnen zeigen, welches Waschmittel Sie in welche Schublade befüllen müssen. Schauen wir uns das von vorne an. Die Schultes Waschmittelschublade hat drei Fächer. Das Fach rechts ist für das Vorwaschmittel, das Fach links ist für das Hauptwaschmittel und in der Mitte ist für den Weissspüler. Falls Sie Flüssigwaschmittel verwenden, schliessen Sie bitte diese Klappe. Alternativ können Sie auch das Waschmittel in eine Kugel füllen und diese direkt zur Wäsche legen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung und falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.